Hört sich an wie ein Du-Problem. Das kann man so oft sagen. Das ist halt ein bisschen Zass, weil Luis das immer sagt. Das hat er von mir. Der sagt das gar nicht mehr so oft, glaub ich. Oder? Aber Luis hat das oft gesagt. Vielleicht assoziiere ich das irgendwie damit, dass Luis das immer sagt. Scheiße. Ich hab damit angefangen. Und dann haben meine ganzen Freunde damit angefangen und dann hat Luis wohl auch damit angefangen. Komischerweise, weil wir sind ja keine Freunde. Das darfst du nicht in die Comp reinpacken, wenn Luis die sieht, Alter. Okay, das kommt jetzt in die nächste. Was war der Talk Key in PUBG? Tee. Tee für Talk. Tee. Aha. P. Tee. Tee. Alter, ich sag hier. Was hast du doch gesagt am Anfang? Alter, was ist... Ich hab dir ins Bein geschossen, weil du gesprungen bist, Mann. Mann. Frau. Hallo, all inclusive. Hä? Also nicht im Sinne von Essen. Ach, danke. Big fat loot. Da hinten läuft, Mann. Apropos, ich brauch nen Schaft. Apropos. Du kannst meinen haben, wenn du keinen findest. Danke. Ich geb Paul immer gerne meinen Schaft. Ja. Okay. Taktischer Schaft. Du gehst direkt hinten ran. Wir haben einen MG. Drohne. Hallo, motherfuckers. Hast du den Kompensator jetzt schon gedroppt? Ja, der liegt neben dran, vorne dran. Hinten. Achso. 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 Wieso schreibt Jana eigentlich nicht, wann er kann? Hat er? Nein. Hat er? Nein. Hat er nicht gesagt. Wer hat dann geschrieben in 5 Minuten? Du. Oh du Schwanz, Alter. Man hat so richtig den Schuss gehört. Ja. Die Schüsse. Junge. Hier ist weit und breit nichts. Wieso gehen die in dieses scheiß Iglu, in dem ich gekämmt habe? Ja, stimmt. Er probiert jetzt das zum 10 zu machen. Das ist so gemein. Ja toll, jetzt sind die tot. Okay. Hey, Leute. Hey. Ich bin eine Mädchen. Willst du ein paar G-Coins für mich spenden? Nein. Warum bist du nicht simpel? In diesem Ball wurden wir schon mal gefickt. Du vielleicht. Nein. Wir alle zusammen. Jetzt habe ich den. Ich kotze im Strahl. Okay. Wir machen ein paar probische Szenen. Ich kotze im Strahl. Ist auch so ein guter Satz. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mich auch wirklich fast eingeprisst vor Lachen. Deswegen nutze ich den so gerne. Ich kotze im Strahl. Die Vorstellung. Nein. 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 Ich würde jetzt das reparieren, dann würde ich duschen gehen, dann esse ich noch was, dann bin ich so halb 7-ëlb 8 da. Anna ist heute da, also ab 18 und 20 bin ich weggegangen. Da wird ganz früh ins Bett gegangen. Zwinker, Zwinker. Der will schlafen. True? Hey Henrik, wie hieß nochmal dieser asiatische Film, den Papa allen empfohlen hat? Henrik, willst du erst Erschalldämpfer? Äh, ne. Ich würd' ihn nehmen. Ich kann ja ne Erschalletroppen dafür. Hä? Ah, hier liegt... Ja, du bist ein bisschen leise, aber... Du bist sauerhaft an mich. Seht man die schon. Wieso musst du leise reden? Tue ich nicht. Nicht? Tue ich nicht. Ey, du willst mir den Ace-Drain geben. Danke. Ey, du hast meine ganzen Sachen. Was hab ich aufgenommen? Alles. Ach so, hier. Einmal... Ach so. Ja, ein Holo. Ein Holo. Ein Holo. Ja, da. Danke. Ich hab ja gar nicht gemerkt, dass ich dir alles weggenommen habe. Alter, ist die Zone weit weg. Ich hoffe, ich find ein Auto irgendwo. Hier gibt's halt quasi keine Autos. Man muss Glück haben, um eins zu finden. Hab eins. Oh, Bomben. Ich will ins Haus. Was? Ich glaub, du musst dich jetzt nicht... Also, das ist jetzt nicht so, wo du dich meinst. Lass sie doch sich fürchten. Okay, ja. Ich meinetwegen. Wir werden alle sterben. Bei meinem Glück hätt's mich erwischt. Über mir im Haus ist mir vor eins. Das wird genau eingeschlagen. Oh mein Gott. Das ist Karin. Karin. Alter. Karin hat drei. Ich hab drei, ja. Alter! Heinrich! LOL! Ich hätt' nicht gedacht, dass ich dich auf so ne Distance treffe. Gar keine Munition mehr. Hallo there! Oh! Und man schießt auf mich. Junge, wie die beide so gegeiert haben. Vor einregen, Mann. Ich akele. Auf grün, genau auf grün. Äh, auf blau. Oh mein, äh. Ja. Hier, ich mach' die Tour hinzu für euch. Mach' den Raum für euch. Okay, man hat auf Erangel keinen Fallschirm. Um dein Überleben zu sichern. LOL! Ich bin im Wolfrudel! Das ist nicht mein Ding. Woll. Ich bin im Wolfrudel. Ja, guck dir das an. Ich seh' es aber. Hey, wir leben noch. Oh mein Gott. Du wusstest als Jinx. Du wusstest als Jinx. Zwei, zwei. Nein. Schuss. Schuss. Why you bullying me? You fucking bitch. Why you bullying me? Nehmen wir noch an. Ja, nice. Ich hätte jetzt auch grad auf ihn geschossen. Wie viel Damage macht die? Oh, die macht ja gar keinen Damage. Oh, die fuck. Close on. Ich kann nur Französisch. Das ist aber quasi dasselbe. Quasi dasselbe. Ja, da wird jeder Spanier was anderes sagen, wenn du den mit einem Froschfresser vergleichen würdest. Das ist grad ein Frosch am Maul. Ne, im Cock. Äh, was? Ich wurde echt hier. Die werden mir so geschlachtet. Hey, alle Spots. Oh. Henrik hatte meinen Hereditary Moment. Mal gucken, ob man über diesen roten Bereich fliegen kann. Doch, kann man. Oh, zum Spielbereich zurückkehren. Holy shit. Alter! Ah, dann spiel ich vielleicht sogar noch eine, je nachdem wie schnell ich jetzt kriege. Na was, wir wipen den Aal. Wir wipen den Aal, Junge. Wir wipen den Aal. Krass. Han, wilde den Freitot durch sie. Komm. Ja, ja, jetzt. Ja. Jo, das muss ich noch spektaten. Komm schon. Komm schon. Checken die das nicht? Sind die dumm? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird ein Clip. Das wird ein Clip. Nein, er ist weggegangen. Auf die, die sind zu spät gerannt. Wait, 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 wait. Blue, wait, Chris. Blue. Komm her, Akantos. Ach so, der Typ will, ja. Okay. Haha. Hier sind die da. Hier sind die da.